Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Fili! Fili! Mama, können wir bitte zu der Tanzfläche am Rhein? Wir möchten Papa beweisen, dass wir besser tanzen können als er. Ja, genau, können wir dahin? Bitte! Bitte, Mama, bitte! Lukas und ich und Tolle möchten auch gerne! Ja, gute Idee, können wir machen. Ich fürchte nur, dass die Tanzfläche heute gar nicht da ist. Warum denn? Die Tanzfläche kann doch nicht weglaufen. Die Tanzfläche ist wegen dem Hochwasser nicht da. Das Hochwasser hat sie überschwemmt. Okay, falls die Tanzfläche nicht da sein sollte, gehen wir einfach so am Rhein ein bisschen spazieren und schauen uns das Hochwasser an. So machen wir es. Macht euch fertig. In 10 Minuten gehen wir los. Ich hole schnell die Kamera. Die kann man bei Spaziergängen immer gut gebrauchen. Jens! Jens! Kommst du, in 5 Minuten wollen wir los zum Rhein. Alles klar, Paula. In 5 Minuten bin ich da. Alle sind startklar. Los geht's zum Rhein nach Bonn. Juhu, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Mama, ist hier nicht normalerweise die Tanzfläche? Ja, das Hochwasser ist über ihr. Okay, schade. Ja, das stimmt, Marlene. Wir hatten uns so drauf gefreut. Seid nicht traurig, Kinders. Wir finden hier bestimmt eine Ecke oder eine Stelle, wo wir tolle Fotos machen können und das Hochwasser uns anschauen. Hurra, Fotos machen? Hurra, Fotos machen. Ich freue mich. Fotos machen? Dann mache ich lustige Grimassen auf den Fotos. Heh heh. Jens, du weißt schon, dass die Fotos die Großeltern zu Weihnachten bekommen? Okay, dann lasse ich es lieber. Mama, hier wäre doch eine perfekte Stelle zum Fotos machen. Das stimmt, Luna. Ich würde sagen, wir machen die Fotos hier. Als erstes fotografiere ich das Hochwasser. Ich, der Admin, von Familie Schmuckköppchen war am Wochenende, auch am Hochwasser und habe ganz tolle Fotos von Familie Schmuckköppchen für euch gemacht. Die Fotos zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Das waren die Fotos. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Es wird langsam kalt. Wir müssen jetzt nach Hause gehen. Okay, Papa. Wir kommen. Wir gehen jetzt nach Hause ins Warme. Für euch ist das Video hier schon zu Ende. Ich wollte mich bei euch nochmals herzlich für die 600 Abonnenten bedanken. Vielen lieben Dank dafür. Hallo zusammen. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist bei euch gerade auch Hochwasser? Bei mir schon. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Hat euch das Video gefallen. Wenn ja, gibt uns einen Daumen nach oben. Und lasst uns ein Abo da. Fini? Fini?